ARD Text im Auftrag von Funk Nein, die müssen nichts droppen Nein, die müssen nichts droppen, oder? Centipar Artikel Ah ja, die müssen wirklich was droppen Ok Ja, da wird wieder einer von den Dingen wieder 5 oder 10 so Viecherl, so 6 droppen Weißt du doch sicher Ja, sicher ist man hier nie Ich hoff einmal Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt Ich hoff einmal Vielleicht droppen die auch mehr wie 1 Kann ja auch sein Der hat jetzt 2 getroffen Ah ja Aber das zählt dann immer nur 1 Oh, wo kommt der denn her? Wieder 3 Oh, 5 Insgesamt Ich hab auch 5 Also dann droppen alle Für uns Da hab wir wieder 2 Ich hab 7 Ja gar 7 Ah, da hinten glitzert noch was Glitzer, Glitzer Nur 7 Nö dann Nö dann Und wieder 1 Dann läufts ja 8 Ja gut Wenn fast jeder droppt Dann sind wir schon mal glücklich Dann sind wir auf jeden Fall glücklich Hätte es schlimmer kommen können Ja, bedeutend schlimmer So Ah, da hinten ist noch ein Käfer Werden eigentlich noch alle gebufft? Jetzt ja So und jetzt tauben wir da mal drauf Auf die Köferleins Köferlein, da bleiben Da bleiben Der verkrümmelt sich Hey, komm stehen Der ist aber voll Der ist immer da hin gewesen Die ganze Zeit jetzt schon Ja Ah, hier ist noch Uh, da ist ein großer Käfer 13 13 Oh, eine Elite Wo du groß? In den Rare Mob Uh, kommst du her Ja, den würde ich auch legen Den Rare Mob muss man immer mitnehmen Bleibst du stehen? Bist du ein fetter dicker Käfer? So So Und jetzt überrascht mich Uh Na der ist schon tot Stoff Schneiderei Stoffbeweglichkeit Aus Wer, 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 wer braucht denn auf Stoffbeweglichkeit? Schneiderei Ähm Eine Schurke, oder? Ach ja Ne, der hat Leder Der hat Leder Das ist eine Leder-Phobie Hmm Dann verstehe ich es auch nicht Eigentlich sehr, sehr unnötig Aber Das gibt ja auch ein Erfolg dafür Wenn du so und so viel Ram Ops killst In ähm So viel verschiedene Wirklich? Ram Ops Auf jeden Fall mal Okay, habe ich auch noch nicht Ja Habe ich auch noch nicht guckt Was ist denn das für ein helles Licht? Oh, nicht das Licht Nein Nicht das Licht Hat er fein gemacht Hat er fein gemacht Hat er geglitzert Und wie viel haben wir? 19 18 17 17? Ja, wie noch 18 Hä, wieso habe ich noch 7 Ich kann erinnern, ob sie dir irgendwann übersehen gehen Ah, der hat hier Spasten Wir sind sowas von Wie Ihh, hobbole 18 Wir haben 19 Ähh, sowas von verpeilt Komm, dann hol ich ihn nach hinten und bin auch noch mit Aber fix Dann müssen wir es jetzt dolle haben, ja Ja, also, wenn ich sie dann nicht alle habe, dann Also Ja Ja Ja, der hasst sie doch nicht alle Dann ist es echt vorbei So So 20 von 20 Aufmaunzen Und abgeben So Dann werden wir mal gerade ausreiten und ein Stück vom Tisch uns entfernen, wenn wir es trinken holen Ja Ja So Autolaufen ist schon interessant Ja Vergess es nur immer wieder Ne Wieso, mittlere Maustaste und läuft Ja Ja, stimmt Auch hier bei der Bei Auf der Tastatur, bei den Nummern Bei den Zahlen kannst du einen Block drücken, dann läuft der auch von selbst Ja, genau Ja Aber Ich hab's auf die mittlere Maustaste gelegt Drauf klicken läuft Ah, schon Ich dachte Okay, wenn ich hier fertig bin mit Laufen, dann haben wir gleich richtig viele Fans dabei Ja Ja, genau Komm mit Pug people Ja Nö Geht noch Haben alle abgelassen von mir Ja Ja Juuu Hups Voll für Backman Bäsche 8 Ogre Ogre gefüttert? Ne Werft ein Jüdenbrecher Ogre ein Häppchen hin. Ah, ein Häppchen. Wir haben ja gar keine Häppchen. Ah doch, haben wir schon. Schrecker. Haben wir gekommen. Können wir nicht. Ich weiß ja nicht, wie es das nicht kann. Was? Das könnt ihr nicht. Was? Der Ogre muss zuerst geschwächt werden. Ah, ok. Also musst du gleich aufhalten. So? Nein, noch nicht. Na, noch nicht. Hier tue ich ihn jetzt nicht töten. Ah, das so geht. Jetzt passt's. Schau. Ja, eins vor Nacht. Ok. Das heißt nicht zu viel. Mir leid, tu nicht weh tun. Muss ich mich zurückhalten. Nicht zu viel Damage, man. Hörst du auf? Ah, fassen. Der Autohit war noch an, sorry. Ja. Jetzt wirf die halt dich zurück. Ja. Fünf von uns. Jawohl, fünf Fucht. Ich glaub wir sind in die andere Sertgren vor dir. Ach schon. Ja, immer auch schon. Ja, wir sind hier. Wir sind hier, du bist dort. Das heißt, einer von uns ist am falschen Ort. Aha. So, sechs von acht. Hier. Warte, ich wollte zu wenig. Schieben von acht. Genau. Oh, nein. Oh, nein. Wird für uns zwei gezählt. Wieser, 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 wieser. Wieser, wieser. Hier haben wir schon. Hat mir gerade so viele Fans dabei gehabt, jetzt ist keiner mehr da. Nö. Alle weg. Ah. Ah. Ich bin eh schon dabei. Schon immer. Ja, ich werde mich schütten drauf zu hauen. So. Acht von uns. So. Fertig. Bin ich im Kamm. Und aufgeben. Genau. Ich kann schon hier aufmauern. Ah, jetzt gehts. Aha, ich bin schon wieder fast oben. Ja. Wie seid ihr solche Lusches? Bin ganz knapp hinter dir. Lusches. Abgegeben. Angenommen. Und jetzt, glaub ich, ist der eine. Saradius. Jetzt ist der in der Höhle dran. Genau. Jetzt ist der in der Höhle dran. Wo wir schon in der letzten Folge gespoilert haben. Oder vorletzte Folge. Oder vorletzte Folge. Nein, ich glaub letzte Folge. Letzte Folge war es. So. Irgendeine Folge halt. Ja, Mann, Mann. Umknatzen. Boi. Boah. Sollen wir die alle mitmachen? Pullen mal zusammen da. So. Wieder drin. Komm mal her. Ja. Nein, nein. Warte mal. Wie? Warte mal. Ich wollt dir ein bisschen Damage machen, he? Okay. Sorry. Ich mach eh Damage. Ich seh mal kurz bevor du stirbst, heil ich dich. Mach du wie zum Besten geh. Muss nur dran denken, wenn ich tot bin, dann red ich kein Wort mehr mit dir. Ja, genau. Es geht sich leicht aus, so wie es ausschaut. Ja. Läuft. Gut. Und aufmahnden. Und zurückmahnden. Und wieder zurückreiten. Ja. Hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Es gibt nichts schöneres. Ne. Nein, was heißt denn für einen hübschen Heiligenstein? Hm, das ist ein Gefaken, den hab ich mal selber zugefügt. Hast du schon wieder selber schilden? Heiliger schild ist das. Der hat schon wieder Angst gehabt. Nein, das ist die eine Fähigkeit, die ich die ganze Zeit einsetzen kann. Ja, so geht das. Ähm, nur Schrott. Nur, nur, nur. Zwei, gut. Keine Folge gewesen. Ups. GZ. Danke schön. Warte mal. GZ. Ah, cool. Okay, das heißt sie müssen. Da unten haben wir nur ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Bringt das Artefakt. Fucky. Und ich geb eine E-Ni ab Level 50. Artefakt. Dann komm wieder Level, äh, inni. Inni? Genau. Ja. Na ja dann. Der Tempel von Alta Hacker, Hacker, Hacker? Ui. Ein Untoter. Wolltest du das denn? Ich wollt da meinen Untoten fesseln. Okay. Cool. Kann so ein Untoter sein? Ja. Das einzige, was ich fesseln kann, ist eine Untoter. Schau. Cool. Lachen. Wieder mal eine sehr unnötige Fähigkeit. Ja, absolut. Das ist das Unnötigste überhaupt. Nur ich wollt's ja mal machen, weil... Was hat man denn? Genau so wie damals, als man als Hexenmeister die Wasseratmung bekommen hat, hatte hier in diesem Gebiet. Ja, genau. Die Unterwasseratmung. Ja. Die Unterwasseratmung. Genau, die Unterwasseratmung. Sehr praktisch. Ja. Sagen wir, spielt das Ding? Mit meiner Schamanin musste ich letztens durch den ganzen See schwimmen. Was habe ich ein, zwei Level später bekommen? Hm? Wasserlaufen. Ladelaufen. Wow. Toll. Ab 50 habe ich jetzt eine Spezialfähigkeit bekommen für mein Schild des Räschers. Cool. Ja, stimmt. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ja, genau. Ja, genau. Da gibt's jetzt ein Special Move mit deinem Schild. Special Movement. Wow. Das wurde ja in Cataclysm eingeführt, da die Special Movements, da wo die Talentbäume wieder mal wieder mal geändert wurden. Wieder magiert. Ein 90er Org. Magier. Kann ich mir mal ein Portal machen, bitte? Eklat, er haut uns nicht viel. Was ist? Geht denn? Jetzt wurde einig los. Ich glaub, dass hier das ist ein anderes, oder? Da drüben ist. Genau. Ja. Das da wurde beim Cataclysmus geöffnet, das Tor. Ja, aber da ist ja nirgends... Bestimmt wieder so ein Gebiet für 90er, äh für 80er. Der Dorf? Ja, da. Da ist sogar ein Flugpunkt. Ja, Mann. Sag mal, das glaubst du nicht. Es macht's nicht unbedingt besser, wenn's durch jetzt bei Slack tut sich grad so schlimm. Aber ich glaub, das liegt jetzt nicht an TeamSpeak. Willst du? Hallo? Doch. Jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Schon wieder ein Zusammenbruch. Aber Vollgas. Aber hallo? Jetzt gehts wieder. Jetzt kannst du auch Quests annehmen. Aber hallo, wirst du denn mit der Weg? Keine Ahnung, wie wie so viel ich noch brennt. Ja, genau. Uuuuh. Grauslich. Ich mach dich mal weg. Ich muss das mal wegmachen da. Ah, cool. Wolltest du eigentlich draufhauen? So. So, Eva Rolle. 5.000 weitere Quests, äh, hier. Na, zwei oder? Haben wir da jetzt. Das eine ist schon ein Krater vom Unguro. Im Krater vom Unguro. Ja, da können wir jetzt ab Level 50 hin. Auf Flugmaunt. 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 Flug, Flug. Da müssen wir Zehn irgendwas töten und da müssen wir irgendwas aufheben. Ja. Das erste Mal wo ich B.O.B. gespielt habe, habe ich mich so dermaßen gefreut, wo ich in den Krater da rein bin. Wahnsinn. Weil? Wieso? Da Dinos auch hier rumlaufen. Also. Hahaha. Ok. Ich hab mich da so pudelwohl gefühlt. Das wirft dir der kleine Dino-Freak. Du hast irgendwie ein bisschen ein Dino-Fetisch, gell? Ja. Damit bin ich aufgewackt. Das sind so einen ganz kleinen Dinos. Hab ich. Ok. Also das hier ist nicht verkehrt, wenn wir den Zwergen auf den Kopf hauen. Genau. Und da irgendwelche Dinge liegen da oben an, die glitzern, die muss man aufheben. Das auch noch? Boah. Was für ein Stress. Ja. Auf den Kopf hauen und aufheben. Achso. Was? Du musst aufheben. Das was geht da. Bitter Dinger. Oh da also was. Oh zum Beispiel geht das jetzt wieder was. Ahja. Jetzt komm du gleich schon wieder. Ich hab schon eine. Nein, ich hab erst 2 vor 5. Das ist mein Gott. Ja, kein. Hahaha. Da gegenüber ist wieder so glitzert. Ich hab zwar keinen, noch keinen sogar. Nein, 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 nein. Nein, unterbrochen. Fuck. Haha. 3 vor 5. Das wollte ich gerade mal so. Warte mal, warte mal. Das ist das Typ, das ist das richtige Land. 4 vor 5. Ja. Ich hab gleich alle. Zack. Fertig. Wir könnten gehen. Äh, wir müssen noch nachgehen. Du, was ist mit euch? Hippie, ich war dann noch mal fertig. Hahaha. Ich weiß nicht. Ich sorg dafür, dass ihr andere Questfolge... Ja, ich hau auf, dass du das da drüben jetzt auch noch aufnimmst. Warte mal. Schau. 55. Du, ich war dann. Hahaha. Ja. Meine Aufnahme. Meine Regeln. Mein Loot. Hahaha. Hey, da droppt was für mich. Hahaha. Jetzt aber gut. So. So. Jetzt noch was. Moment. Ich versuche zu looten. Wow. Eins von fünf. Yay. Hey. Great. Gratuliere. Hahaha. Ey, cool. Dann kann ich den Schild ja nochmal einsetzen, wenn ich die Spezialfähigkeit habe. Cool. Mhm. Das ist cool. Das ist wirklich nice. So. Äh. Wow. Nochmal Schild. Yes. Ich liebe mein Schild. Schild, ich will ein Kind von dir. Du wirst nicht glauben, Schilde schützen. Hey. Eins von fünf. Ja. Zwei von fünf. Da oben sind ganz viel. Ich bin zu dick für die Mauer. So. Äh. Taste mich so langsam an, dass ich... Oh. Becker nicht. Taste mich langsam an dieses Artefakt ran. Zack, weg ist es. Drei von fünf. Das sind ja schon wieder alle. Gehen respawn. Da raus. Liegt deutlich was hinter der Mauer. Was? Ich hab durch die... Ich hab da durchgepasst. Dill. Ja. Ja.